Medienkompetenz Zunächst mal die Medienkompetenz, auch wieder in einem Zitat. Das Wort Medienkompetenz ist in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen, umgangssprachlich bis hinein in den wissenschaftlichen Sprachgebrauch, versteht man darunter, die Fertigkeit mit Medien umzugehen. Wie viele Begriffe der Alltagssprache ist Medienkompetenz unbestimmt und gewinnt seine Bedeutung aus dem kommunikativen Kontext, in dem der Begriff eingebaut wird. Und in der Medienpädagogik gibt es darüber hinaus jedoch eine Vielzahl von Ansätzen, die Medienkompetenz als einen komplexen Prozess erborgener Fähigkeiten, Denken und Handeln der Subjekte verstehen. Kupala, Frage an Sie, was heißt das nun? Ich taste noch mal ein bisschen weiter, weil ich sehe so viele Fragezeichen und wahrscheinlich die nächsten von Ihnen würden sich jetzt trauen, das schon in eigener Sprache zu übersetzen. Ich taste noch mal ein bisschen weiter. Den Begriff der Medienkompetenz hat, diesen Namen haben Sie schon gehört, den habe ich in der letzten Liedsung auch schon genannt, Dieter Wagen geprägt. Und er hat sich inspiriert durch das Kompetenzkonzept von Norm Chomsky und den Arbeiten von Karl Otto Apel und von Jürgen Habermas hat er diesen Begriff geprägt. Das hat er gemacht in seiner Habilitationsschrift und die ist schon 1973 entstanden. Das heißt also, Medienkompetenz bezeichnet die Fähigkeit eines Menschen, Medien, digitale Werkzeuge und Technik im Allgemeinen souverän, zu eigenen Zielen und Bedürfnissen zu nutzen, um selbst medien- und gesellschaftsbezogen zu reflektieren. Kreativ und partizipativ zu handeln, sowie analytisch und strukturell Wissen zu erwerben. Sie merken, diese Definition ist schon etwas umfassender und weit mehr als das, was man ursprünglich, gerade in der öffentlichen Diskussion oder auch in der bildungspolitischen Diskussion sogar, mit Medienkompetenz gleichsetzt. Mein Vorschlag wäre, wir gehen noch einen Schritt zurück und versuchen sozusagen, das wieder einzuholen und gucken, in welchen Dimensionen sich die Medienkompetenz entfaltet. Und da sind wir hier bei dem Modell, das ich Ihnen in der letzten Sitzung auch schon mal zeigte. Nur vorweggenommen, also nur weil ich Ihnen dasselbe Modell wieder zeige, heißt das nicht, dass es nur ein Modell gibt, sondern es gibt wirklich ganz viele Modelle. Wenn Sie sich ein Medienkompetenzmodell, können Sie mal in Google eingeben, da kommen, sehen Sie Worte, da sehen Sie Modelle von Norbert Gröben, Sie finden das Modell von Stefan Aufenanger, von Dewe und Sander finden Sie ein Modell, oder von Jared und Gersma, von Gert und Zirki gibt es noch, den haben Sie hier schon gelernt, bei den Spendenzikaten gibt es noch ein Modell, von Fred Schell und so weiter, und so weiter. Also ganz viele wenige Kompetenzmodelle. Das ist das Originalmodell von Dieter Waake. Und Sie sehen, er teilt es auch einerseits in Vermittlung und andererseits in die Zieldimension. Und wir können mal versuchen, anhand eines Begriffs mal kurz zu klären, was sich dahinter für wirkt, denn durchaus ist es so, das, was Sie, bei der Medienpädagogik war es ja ähnlich, bei der Medienkompetenz auch, das, was Sie ursprünglich und was Sie vielleicht nach einem Alltagsverständnis von Medienkritik verstehen würden, beispielsweise, ist hier nicht gemeint. Das heißt, es geht nicht um die Kritik an Medien. Aber Frage an Sie, wer weiß es, was ist gemeint, wenn es hier um Medienkritik geht, als eine Dimension der Medienkompetenz? Kleiner Tipp, denken Sie noch mal an das zuvorliegende, ich blätter noch mal kurz zurück, an das zuvorliegende Zitat. Worum geht es, wenn hier in der Dimension, bei Dieter Marke, immer mal exemplarisch Medienkritik? Medienkritik. Hat jemand eine Idee? Sie waren schon so häufig, deswegen, ja? Ja? ein bisschen das, was man konsumiert auch reflektieren könnte. Ja. So nicht einfach nur konsumieren sozusagen, ich weiß, dass man nur nachdenkt. Ja? Geht in die richtige Richtung? Mag jemand ergänzen? Ja? Aber die kritische Auseinandersetzung, die gute Zukunft, die gute Zukunft, die gute Zukunft, auch dabei gibt es noch mehr. Ja? 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 Ihre Bibliothek, da finden Sie eine, also eine wirklich lange Liste von Publikationen, in denen sich Kolleginnen und Kollegen von mir dann mit diesem Begriff auseinandergesetzt haben. Mir ist gerade noch ganz frisch in Erinnerung, im März habe ich mit, haben seitdem 15 Kolleginnen und Kollegen zusammengesessen, mein Vorgänger hier, Gert Muzeki war dabei, den Sie hier schon kennengelernt haben, und auch ganz viele andere. Und wir haben zwei Tage lang wirklich erbittert um diesen Begriff der Medienkritik gestritten. Nur um mal sozusagen die Fingerspitzengefühle, und wir sind auseinandergegangen und haben alle gesagt, man hätte noch viel mehr dazu sagen müssen, und ich wollte eigentlich noch erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens noch sagen. Also das heißt, was ich sagen will ist, hinter jedem einzelnen dieser Begriffe befindet sich sozusagen eine Tür, die einen Raum öffnet, der noch mal viel größer ist, als wir uns das gerade vorstellen können. Deswegen werde ich das auch nicht hier erschöpfend behandeln können, aber sozusagen wichtig ist erstmal, um das zu illustrieren, hinter jedem einzelnen dieser Dimension befindet sich noch mal viel mehr, als wir uns bisher vorstellen, gerade in der öffentlichen Diskussion auch angekommen sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020